So, ich habe das Level geschafft und jetzt öffnet sich für mich der Weg nach oben. Deswegen, schnell nach oben. Yellow Switch Palace. Und dann kommt eiskalt der grüne Bastard und nimmt sich den. Ja, klar. Genauso wie in Super Mario Bros. 3. Mario is the Feelhead, wie Mario. Ganz ruhig an mich. Luigi. Scheiß auf Luigi. Ich bin der eindeutig coolere Bruder. Das ist nicht wahr. Oh doch. Niemals. Was war hier? Ein Leben, okay. Ja, ein Leben. Komm herunter. Komm herunter. Komm herunter. Nee, es kommt nicht runter. Du kommst nicht runter. Ja. Es hat sich so gedacht. So, nee. Du hast deine Fehler gerade so stillos verloren. Ich komm nicht runter. Ich komm nicht runter. Vielen Dank bist du noch nur stehen, Mann. Du weißt ja, wie die Zeit abläuft. Danke. Darf ich mal anmerken, dass er das zweite Schloss ist, was ich schon gemacht habe. Wof, jetzt kick ich das. Dropkick. Ja, ich weiß. Mortal Gooper Junior auf Castle on the two is now just a memory. The next area is the underground wind in the dome. What traps await Mario. Das Niro, what will we become of Princess Toadstool. We don't know. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist der Niro LP. Und mein Name ist Vital Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zur Let's Play Super Mario World. Together. Ja, und hör auf meine Eben zu klacken. Verlaubt. Nein. Stopp. Wir kommen mal hier wieder. Hey, hab keine Ahnung. Ah. Na. 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 Okay. Hey. Da hab ich ja keines zu bekommen. Das ist ein Geben und Neben. Wir haben ja Weihnachtszeit hier. Ein Geben und Neben. Am Arsch. Du glaubst mir ständig mein Leben. Ja. Mann. Aua. Lass das. Geben und Neben. Geben und Neben. Geben und Neben. Am Arsch. Du glaubst mir ständig mein Leben. Du. Ach du. Du. Jaa. Jaa. Aber da hätte ich nicht gedacht, dass ich da lang muss. Man kann nicht auch auf den drauf. Jaaa. Bist ich? Jaaa. mein gott und jetzt einfach nur normal durchs ziel gehen ich weiß nicht ob das so klug war von dir ich glaube auch nicht durch die säge ich habe direkt geschafft ja du kannst direkt zu kukimau gehen ok sehen gesehen hat er ihnen gesehen hier nein 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 geht überhaupt andersrum ich glaube da geht nur die einrichtung oder mit gar nicht sein weil ich sehe immer nur wie ein leben von hier nach mehr und ich drücke man hier ja so mache ich dann ja coole bruder ich wollte auch den peter nachdem ich ich mache steine wir schon am richtigen ausgang war schon hat richtige überhaupt mittelpunkt war das habe ich gesehen ja willkommen mein namen ist an die rp und mein namens mit der mario master und wir begrüßen euch zurück zu let's play super mario und er hat mich schon mit einnehmen klaut ja ungefähr so ja man ja auch da jetzt darauf der springe ich extra hoch drauf drauf aber auch gegen den fuß er guckt einfach nur so unzufrieden was ist going on hier kannst du mal aufhören ja ja ich wollte doch sagen der kommt da raus oh mein gott das war jetzt gerade der fail des tages ok was war zum aufhören das spiel kaputt zu machen nein manchmal gar nicht gepostet auch das ist physikalisch alles nicht möglich natürlich man ja bleibt er ausgerechnet da stehen ja klar das ist so gemacht um sich zu töten enttäuschen und teckel teckel ist super effektiv dann zerbrechte mich ein was auf damit du kannst ja nicht festen lässt viel zu groß aus dem schmecken sonnenbrünn nicht du blitz statt spieler kaputt warum hat gar nicht weil das letztes mit der feuerblumen ist einfach einen block nach oben gehören wie das bitteschön ein doch na ja 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 davon davon da hast du davon so schnell kann es gehen das leben gibt und das nehmen nimmt wir wie überfliegen hier wie überfliegen wir haben die level auch gerade schon gesehen das ist das was du verdienst aber so gut gewesen ja ja ich weiß was ja was ja die können dich viel schneller töten ja so ein wer mario has defeated larry coo bei castle 7 all that is left is bowler's castle west was being held can mario rescue him and rest of peace to line and so land und die wortel scheiße haben wir jetzt muss ich neu starten ich weiß überhaupt nicht was du da vorhast ist nein ich hab's nicht glaubt das jetzt nicht ja ja boah ich mach das spiel nicht davon das war pures glück ja gut meine meine lieben freunde im nächsten part geht es weiter mit star world 4 und ich bin dann die rolle p haha nein 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 auf damit okay tschüss 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 willkommen mein name ist Daniel Röl P und mein name ist Peter Mario Master und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Super Mario World Ja wir sind hier in der Star Wars und Waaah nein Scheiße das hat viel Leben gewesen Ich wusste nicht wie man da stießen konnte nein 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 Wer den letzten Part mal gesehen hat der wüsste warum ich jetzt so ein bisschen Weil ich jetzt ein Löwengeil bin. Nein! 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 Ausgezeichnet. Man. Du musst nämlich mit dem P-Switch eine Brücke bauen. Da oben drücken. Und du hast es versaut. Du hast es versaut. Wie willst du denn da drauf stehen? Ich schaue einfach mal so... Du kannst dich jetzt eigentlich umbringen, ey. Du kommst nicht mehr rüber. Du kannst das Level nicht abbrechen. Ach ja, verdammt. Ach ja, genau. Da war ja was, ne? Oh Gott, hier ist die Brücke zu Ende. Sprick! Ey! Was zum Doppel? Ausgerechnet! Was? 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 Hä? Ist das ein Glitch? Ach da! Das ist echt der krasseste Glitch überhaupt! Geil! Wir wissen nicht, wie wir das gemacht haben! Ich geh dann einfach mal weiter, ne? Ja! Wir haben den Koopa geglitscht, ey! Und er meckert mich an, dass ich hier das ganze Spiel glitsche habe. Aber jetzt hat er gerade das Spiel geglitscht, ey! Ja! Ja! Aber bei mir war es versehen! So weit oben! Ui! 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 Das war dein Urteil! Tschüss! Oh Mann! Ja! Schon wieder gelitscht! Nein! Nein! War er nicht geglitscht! Wenn du weißt, ich komme mit diesen Anschuldigungen noch nicht klar, ey! Ich komme mit diesen Anschuldigungen nicht klar! Also, bitte lass es! Na! Doch! Nein! So! Da wurdest du schon zehnmal getroffen, hm? Mann! Du erzählst so eine Scheiße, ey! No! Nein! Ey! So! Ey! Was soll das? Ich muss gewappnet sein! Du bist gewappnet! Boah, bist du klein! Ich weiß! Yay! Mario's adventure is over! Mario, the princess, Yoshi and his friends... Luigi! ...are going to take a vacation! Ey! Das ist mein Spiel! Ich hab's doch geschafft! Warum? Luigi hat kein Credit! Tja! Klar, weil ich es geschafft habe! Selbst wenn ich das geschafft hätte, würde da Mario stehen! Ja, klar! Das ist nicht fair! Nichts im Leben ist fair! Ja! Und... The End! Ja, da bin ich sehr gut! Ja, meine lieben Freunde, das war das Ende von Super Mario World! Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen! Wir haben es wieder mal in zehn Parts geschafft, so wie wir es in der SMB3 geschafft haben! Und ich hoffe, dass ihr auch bei unserem nächsten Projekt dabei sein wird! Mein Name ist MetallmarioMaster! Und ich bin dann die RollerPay! Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen! Und jetzt noch ein paar Leben klauen! Tschüss!